Immer wenn jemand Leid anrichtet im Namen des Islam, dann rufen bei ihr das Telefon. Und sie erklärt geduldig, wie das funktioniert, wenn Extremisten eine Religion missbrauchen. Persönlich nehmen sie das nicht, sagt Saida Keller-Messali. Es geht ja nicht darum, dass ich meinen Glauben verteidigen muss, sondern mehr, dass wir uns positionieren in Bezug auf das, was läuft hier in der Schweiz. Und dieses Jahr ist wirklich sehr viel gelaufen. Vor allem Winterthur hat Schlagzeilen gemacht mit der An-Nur-Moschee, wo Extremisten ein- und ausgegangen sind und wo es eine Razzia gab, nachdem ein Prediger zum Morda gemässig den Moslemen aufgerufen hat. Man hat viel zu spät eingriffen, sagt Saida Keller-Messali, weil Indizien hat es schon lange gegeben. Wir haben mehrere Jugendliche, die von Winterthur aus in Dschihad gezogen sind, auf Syrien. Man wollte es nicht wahrhaben. Man dachte mir, weil ich habe eigentlich schon sehr früh vor einer Moschee in Embrach gewarnt, das ist gerade bei Winterthur, und dann auch vor dieser An-Nur-Moschee. Aber es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis es zu 20 runtergefallen ist bei den Politikern. Nicht nur die Politik, sondern die Gesellschaft als Ganzes sei lange sehr desinteressiert gewesen am extremen Islam, sagt Saida Keller-Messali. Wir haben uns überhaupt nicht darum gekümmert um die Moscheen. Man wusste einfach, es gibt auch die Hinterhof-Moschee und weiss nicht was. Und haben sie einfach wursteln lassen. Wir haben uns nicht dafür interessiert. Wir haben uns nicht eingemischt. Und das ist das Resultat. Die Präsidentin des Forum für einen fortschrittlichen Islam fordert das Islamgesetz in der Schweiz, analog zu dem zu Österreich, wo man regeln könnte, wer darf predigen, und wo man auch die Finanzströme im Hintergrund regeln könnte. Zu diesen Finanzströmen recherchiert sie viel und hat Verbindungen auf den Balkan und bis in die Golfstaaten aufgedeckt, die Millionen von Franken in die Schweiz leiten, um repräsentative Moscheen zu bauen. Über diese Verbindungen zu reden, sei gefährlich, sagt Saida Keller-Messali. Aber... Wenn man etwas weiss, ist man auch verantwortlich. Man kann nicht einfach schweigen. Und mir hat die Schweiz sehr viel gegeben. Und ich kann nicht schauen, was da alles abgeht, und darüber schweigen. Das ist für mich unmöglich. Darum gehört man auch nächstes Jahr von Saida Keller-Messali, weil der Islamismus ist aktueller denn je. Nicolai Berger, Radio 1.